Werfen wir einen Blick auf die Aktien-News der Woche. Da war ein bisschen was los, wir haben ein paar Werte, wo doch ein bisschen Volumen entstanden ist. Wir starten mit Rank, die wir uns ja vor nicht allzu langer Zeit hier auch im Aktien-Round-Up und natürlich auch in den Werkstätten angeschaut haben. Dort gab es jetzt mal positive News, kann man sagen. Es gab einen Auftragswert, eine größere Bestellung auch von Rheinmetall. Da sehen wir ja gerade, dass dort gegebenenfalls bald wieder noch mehr Zuflüsse zum Unternehmen bereitstehen und noch mehr Aufträge bereitstehen. Allerdings sind die Auftragsbücher bei Rheinmetall auch voll und das fühlt sich gerade auch positiv scheinbar bei Rank an. Wir sind hier trotz des jungen Börsengangs noch in der Historie, die nicht wirklich viel Bewegung verzeichnet. Wir hatten mal einen Hoch hier bei knapp 40 Euro, dann wieder deutlich zurück auf die knapp 24 Euro Linie hier unten. Jetzt wie gesagt ein bisschen mit positiven Momentungen gerade diese 50er Linie fast durchbrochen, aber wir sehen es hier mit dem heutigen Tag wird es schon wieder ein bisschen schwieriger. Allerdings läuft das Thema Rüstung scheinbar weiter gut. Ein ganz interessanter Chart ist dann der Chart von DraftKings. Über die haben wir auch in den letzten Wochen gesprochen und zwar eher in negativer Richtung. Denn es gibt mögliche neue Steuererhöhungen für das Thema Glücks- und Wettspielbranche. Und die Theorie ist natürlich dort, wenn man auf den Chart blinkt, ja das ist negative Auswirkungen ja eigentlich für DraftKings und für die Wettanbieter haben muss. Denn im Kern ist es so, dass natürlich höhere Steuern dann dazu führen, dass vielleicht weniger Leute spielen, weil es einfach teurer wird oder weniger Leute aktiv werden, weil es weniger Gewinne gibt. Und irgendwas in der Richtung zeichnet sich am Kunden natürlich am Ende immer ab. Jetzt allerdings mal das positive Momentum, weil man gesagt hat, ja das führt vielleicht auch dazu, dass in mehr Staaten das Thema Wettspiel erlaubt wird. In den USA ist es ja nur teilweise in den Städten oder in den Staaten erlaubt oder legal. Das heißt, hier gibt es noch Potenzial für weitere Staaten, die das Glücksspiel legalisieren könnten. Und dieses Momentum führt dann dazu, dass die Aktie weiter gestiegen ist, weil man sagt, vielleicht kann man das jetzt auch auf weitere Staaten ausweiten, dort auch sein Glücksspielgeschäft weiter ausweiten. Das ist also mal ein positives Momentum hier, zuletzt für DraftKings, die ja eigentlich auch ein ganz gutes Momentum seit Ende des letzten Jahres gehabt haben. Auch wenn es hier, wie gesagt, in den Wochen rund um das Thema Steuer und Glücksspiel eher mal zu einer Konsolidierung gekommen ist, ist das jetzt vielleicht wieder die Trendwende. Also da haben wir wieder positive News. Spannend ist es auch beim Thema Dell und Supermicrocomputer. Ja, dort will man ja weiter entwickeln. Es gibt neue Chips, es gibt neuen Serverbedarf und es gibt neue Betriebsstätten, die entstehen und in Produktion genommen werden. Man sieht es hier, Supermicrocomputer hat drei neue Produktionsstätten in Betrieb genommen. Dell will weiter die Produktion ausbauen und ich finde eine Sache an der Stelle ganz spannend, wenn man sich den Chart von Dell mal anschaut, dann merkt man glaube ich ganz schnell, wo dann das Momentum rund ums Thema KI so richtig in der Aktie Fuß gefasst hat. Also wir haben einen sehr ruhigen Verlauf eigentlich hier gehabt. Dell eher gegolten als Personal-Computer-Unternehmen, natürlich auch im Serverbereich aktiv, aber längst nicht so stark nachgefragt, dieses Segment. Dann ist das Thema AI hier zuerst mal so aufgekommen und man sieht, die Kerzen werden hier immer, immer größer. Das sind jetzt hier Wochenkerzen und da ist schon ganz schön viel Volumen drin. Der Trend muss man aber sagen und ich habe hier diese Parabolform mal eingezeichnet, also man sieht hier doch, dass das Ganze eher wieder zu etwas positiveren Momentum führt, auch wenn die Aktie gerade etwas konsolidiert in der oberen Ecke. Dann ein kurzer Blick auf Essential, über die haben wir letzte Woche gesprochen, kurz vor den Quartalszahlen. Dort gab es ja ein Verfehlen der Quartalszahlen, allerdings eine positive Nachricht an die Zukunft, denn man glaubt, dass jetzt zukünftig deutlich mehr Aufträge rund ums Thema KI auch reinkommen. Wir sehen diesen Chart, das ist jetzt der Rückblick zur letzten Woche, wir hatten diesen Trendkanal mit der Hoffnung, dass man hier unten wirklich dann jetzt auch aufsetzt und dann das Momentum wieder hoch in die Linie nimmt. Das Momentum hat sich dann so langsam aufgebaut. Ich zeige euch das nochmal in dem Live-Chart hier von Essential, denn da sieht man dann ganz gut, in welche Richtung sich das auch wirklich bewegt. Denn wir sind hier wirklich eine ganze Ecke wieder nach oben ausgebrochen nach den Zahlen. Wenn man das dann im Vergleich sieht, insbesondere im Wochenstatt, sieht man ganz schön, dass sich das Momentum hier zurück aufbaut. Also ich zeige es euch nochmal hier. Konsolidierung um die 2,85er Linie, jetzt über die 300er durch, über auch diese 7-Tage-Durchschnittslinie. Das heißt, das Momentum könnte hier vielleicht auch ausreichen, über die 50er Linie zu kommen, wenn sich das Ganze wirklich manifestiert. Und zeigt sich hier positives Momentum, zumindest auch für die Aktie. Ja, das waren so ein bisschen die positiveren News. Jetzt gehen wir wieder auf die negativere Seite zurück und zwar auf den neuen Energiesolarmarkt. Da gab es ja viele, viele negative Nachrichten in den letzten Wochen, Monaten, fast Jahren kann man sagen. Also seitdem die Energiekrise so ein bisschen vorbei ist, die Zinsen gestiegen sind, das ist beides so ein Problem für die Solar- oder die neue Energiebranche oder erneuerbare Energiebranche. Und jetzt hat es auch SMA Solar getroffen. Man hat die Jahresprognose hier deutlich, deutlich gesenkt. Hohe Lagerbestände, wenig Nachfrage bei den Kunden, viel Unsicherheit, was die Regulatorik betrifft. Und man sieht es hier, man ist wirklich auf einem Tiefpunkt wieder aufgekommen, auch aus dem Jahr 2022. Ich finde, hier zeichnet sich eine ganz schöne Form und Figur ab durch dieses Dreieck. Es könnte also wirklich der Tiefpunkt sein, sofern jetzt vielleicht mal das Momentum schon aus, dass das Tempo raus ist, auf der Abwärtsseite kann man sagen und sich jedenfalls hier auch mal einen Rebound einstellt. Allerdings ist das momentan, wie gesagt, eine Branche, die sehr von negativen Nachrichten geprägt ist. Also hier braucht es mal wieder positive News, die man jedenfalls wieder auch in den steigenden Kurs einpreisen kann. Ein bisschen gegen den Trend, muss man sagen, ist Carl Zeiss Meditec. Da geht es ja eher immer um das Thema, ja, das wird irgendwie helfen für die Chip-Produktion. Dort braucht man auch Chips, die irgendwie von Carl Zeiss hergestellt werden. Ja, es gibt aber auch noch Carl Zeiss Meditec und da geht es um das Thema Optik und Augenheilkunde. Und da muss man sagen, gibt es aktuell auch wenig Nachfrage. Also auch hier trifft der geringere Konsum die Aktie und auch hier ist man wieder auf einem Tiefpunkt aufgesetzt. Wenn man jetzt zurückgeht, sind wir sogar noch ein bisschen unter dem Corona-Tief, das wir hier gesehen haben. Die Aktie baut sich gerade wieder schon so ein bisschen auf, aber das Momentum ist deutlich negativ. Schon seit September letzten Jahres auch die letzte Rallye, die man im DAX gesehen hat, hat sich hier grundsätzlich nicht manifestiert. Ja, und da braucht es auch wieder positive Daten, was das Konsumklima betrifft. Ähnlich übrigens auch bei Big. Das kennt ihr alle vielleicht durch die Big-Feuerzeuge, ein französischer Konzern, der ebenfalls unter schwächelnder Nachfrage zu leiden hat. Man sieht hier relativ große Kerzen, ich habe es mir angezeichnet hier in rot, die die Aktien nach unten getrieben haben. Wir haben zwar immer noch einen positiven Trend, allerdings einen Konzern, der eher defensives Geschäft betreibt, der dann trotzdem so volatil ist, ist eher ungewöhnlich. Also eine Aktie, die zwar nur 2 Milliarden wert ist, aber doch relativ groß ist eigentlich, was das Geschäft betrifft. Ja, und zuletzt gibt es dann noch GameStop und ja, das ist nochmal was ganz anderes, wenn wir auf den Kurs hier schauen an der Stelle, muss man sagen. Denn bei GameStop, ja, sehen wir nochmal ganz andere Volumina. Hier ging das Ganze los, 2021, dann gab es wieder hier ein paar Peaks in den letzten Wochen. Jetzt ist die Aktie wieder 17, 20 Prozent zurück. Also für alle, die zocken wollen, bei GameStop ist immer noch viel Bewegung drin. Viele haben gehofft, dass es jetzt große Bewegungen auch zum letzten Verfolgstag gibt. Die sind ausgeblieben. Mal sehen, was die nächsten Wochen noch passiert. Drei Charts habe ich noch für euch mitgebracht. Wir haben einmal den Chart von Nvidia, der sich hier einmal abzeichnet. Also wir sehen hier einen Rebound, der sich auch andeutet, zumindest nach den letzten Charts oder Wochen oder Tagen. Nicht Wochen, Tagen, die hier negativ verlaufen sind. Also wir haben den Peak hier oben erreicht bei fast 140 Dollar. Die Aktie hat dann ganz schön stark korrigiert in den letzten Tagen Gewinnmitnahmen. Wenig positive News, keine negativen News, aber wenig positive News, die das Momentum stabilisiert haben. Ja, und hier sieht man schöne drei Rebound-Linien, die potenziell in Frage kommen, um die Aktie wieder auf Kurs zu bringen. Hier im 4-Stunden-Chart. Also da bleibt es spannend, wo die Aktie denn hier auch wirklich Fuß fasst. Ist es schon die 118er-Linie oder gegebenenfalls hier auch an dem gleitenden Durchschnitt. Bleibt also spannend bei Nvidia. Auch bei Tesla deutet sich ein Ausbruch an. Wir haben diese Zangenbewegung, ein Ausbruch, der hier gegebenenfalls auch stattfinden kann. Es gab jetzt viel um das Thema Bezahlung von Elon Musk oder die Bonuspakete von Elon Musk. Die wurden ja positiv von Tesla abgesegnet. Das heißt noch nicht, dass sie rechtlich bindend sind. Allerdings ist das natürlich was Gutes für die Argumentation. Hier zeichnet sich also ein Ausbruch ab. Mal gucken, ob er positiv oder negativ sein wird. Ja, und auch noch ein kurzes Update zu Netflix. Dort haben wir nämlich wieder an der letzten Allzeithoche gekratzt bei diesen 690 Dollar. Weil wir sind allerdings nicht drüber gestiegen, sondern wieder etwas zurückgekommen. Auch in diesem gleitenden Durchschnitt hier konsolidiert. Allerdings könnte das natürlich gegebenenfalls auch wieder ein Zeichen sein, dass man es hier schafft auszubrechen. Allerdings wird es nicht drüber gestiegen.